Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu GTA 5 mit meinem wunderbaren Foto. Das ist mein erstes Video im Schnee und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Letztes Jahr war ich ja noch im Kochinternat, da war ich ja noch Kochgeselle und da konnte ich aus zeitlichen Gründen ja nicht diese wunderbare Schneewelt anschauen. Letztes Jahr war es ja auch schon auf der PS3 so, dass Schnee da war und man kann auf jeden Fall auf der linken Pfeiltaste auf der PS4 Schneebälle aufsammeln und dann zum Beispiel an irgendwelche Mitspieler oder an irgendwelche Autos dran werfen. Das machen wir jetzt einfach mal hier. Zack. Der Schnee ist jetzt natürlich nicht perfekt. Das ist absolut verpixelt. Das ist eigentlich ein Pixelhaufen hier. Oh Gott. Man kann selbst die Schneebälle in Fensterscheiben reinschmeißen. Ich finde das auf jeden Fall aber eine coole Sache, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Der Schnee ist jetzt nicht dick oder so, wie ich mir das jetzt zum Beispiel erwartet habe, sondern es ist eher so ein Zuckerwatteartiger Pflaumen, der hier ist. Und jetzt können wir auch mal hier, wie ihr seht. Ich finde es macht richtig viel Spaß hier. Ich habe mir auch mal eine Maske gegönnt. Diese Keksmaske hat mich irgendwie an diesen Schreckfilm erinnert. Ich finde das eigentlich lustig. Eine Feuerwerksabschussrakete gibt es auch noch fürs Feuerwerk. Ich finde das ebenfalls eine richtig schöne Sache von Rockstar Games. Es ist absolut alles richtig gemacht. Und ja, so sieht der Schnee auf jeden Fall aus. Ich bin wirklich positiv beeindruckt von dem Schnee, muss ich euch ehrlich sagen. Aber natürlich ist es jetzt nicht sowas, wo ich sage, es haut mich jetzt vom Hocker oder so. Naja, es ist halt einfach ein weißer Pflaumen. Und man sieht eigentlich, wie schön doch die Landschaft war, als der Schnee noch weg war. Die schönen Blumen, die schönen Gräser, das vermisse ich ganz ehrlich ein bisschen. Das Farbe ich echt vermisse ich wirklich ein bisschen. Aber naja, es ist ja einmal im Jahr. Und es ist auch mal was anderes. Aber naja, ich kann mich ganz ehrlich, und das ist meine persönliche Meinung, mit dem Schnee nicht anfreunden. Alles so weiß, ne. Auf jeden Fall, ich sage tschau, bis zum nächsten Mal. Euter Gamescom auf der Playstation 4. Tschau! So, jetzt.